jo leute und damit wick zurück zu live in the woods mit dem fan hallo mit chat durch wir haben das problem gefixt ja du hast es gefixt du hast gefixt ich habe gespielt das problem war und zwar ein shank hat eben probleme gemacht das gute ist bei giporte dass sie gleich einen bereich haben für shankfixing und ja einmal durchlaufen lassen und dann funktioniert das wieder und so können wir weiterspielen weitersucht da hin und gleich passiert es wieder blub kann passieren ich kotze das immer noch dann lass mein back weg das jetzt das ist aber komisch dass das neben grabstein landet ja ist aber auch nicht halt auf dem rücken ist halt verloren gegangen mein gott dann ist es jetzt einmal passiert musste mit leben ja klar und das waren ja nicht mal eben wenig items drin bei mir waren halt nur die blümchen das holz holz neuer heute ist passiert ist halt so konzentig gegen ändern. Haben wir schon öfters gehabt. Hauptsache meine Axt und so habe ich. Ja, das ist das Wichtigste. Mitterlinge. Mitterlinge. Ja. Da gibt es ja auch so schon. Zerbwert. Oh, ich höre das gezirb jetzt. Oh, Zikaden. Hm. Ist die Karte gestorben. Hier sind noch mehr. Tendenchen mehr. Keine Steine mehr. Lümpchen, Lümpchen. Ah, guck mal. Keine Steine mehr. Lümpchen. Ja. Ups. Oh, wie hieß denn jemand? Von den bösen, bösen Leuten. Oh, oh. Diese komischen fliegenden Typen, die so um dieses komische Portal Deinen rumstehen. Oh, das ist ein Tier. Oh. Hallo. Hallo. Wow. Fragt doch, was die da machen. Ja. 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 Typen spawn. Das machen die. Was ist denn das zu denen? Also nicht einfach so Ich muss was essen Kann man das auch so machen 1, 2, 3, 4 Ne Prenn Storr Bia Autsch Breen Burn, 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 burn. Ja. Wie eine grusche Marge ist. Jawoll. Die lieben dich. Ja. Geht doch. Warum stirbst du denn nicht? Hä? Warum stirbst du denn nicht? Ich nicht. Lecker, roten. Ich hab noch einen Helm auf. Ist aber nicht viel. Geht die einfach von diesen Typen spawnen. Wow. Feuerball, Hilfe, Hilfe. Die brennen ihre eigenen Leute an. Das machen sie vielleicht extra. Helm, ich bin gleich wieder tot. Hilfe. Können sie einen Cleric? Tot? Ja. Kratz. Weißt du was? Das ist mir jetzt grad schatz egal irgendwie. Tschüss. Was? Ja, das dauert wieder so lange bis ich da bin. Was soll denn das jetzt? Hm? Gar nichts. Oh nein. Mein anderer Bag ist jetzt auch weg. Mit dem Essen. Nicht dein Ernst, ne? Du hast jetzt wieder einen da hinten rein geschickt. Hm. Hatt' ich. Oh mein Gott. Ich mach's ja jetzt schon grad nicht mehr. Hä? Ich mach's ja gar nicht mehr. Ja. Eigentlich ist das voll gut, aber das ist kacke so. Natürlich kacke, ne? Hm. Wollte auch erst mal generieren, bevor ich weiterkämpfe. Ja, schlau. Achso, normalerweise schlau. Hm. Normalerweise. Feinig. Doch. Mhm. Doch, den Nam-Nam, den hast du da gemacht. Nee. Nee. die die das sind die tot wenn die das ist schon gestorben doch bin ich gar nicht du hattest nur einen leichten unfall ne m so leicht aber es ist ja wirklich nicht so weit weg zu fuß brauchst du jahre ich mach das jetzt auch nur einmal ich bin mit gar kein mann gar kein mehr wir gehen nicht mehr ist da noch voll nicht weit weg von meiner arme ja gut dann geht das ja ne bist ja schon angehöhnt ist ja dann angehöhnt nein ich meinte von einer anderen Tore Stelle 1,2,3,4 reicht genau nicht das wäre klar erklärchen Bärchen das ist nicht reicht haben wir fast alle tot im dem 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 trotzdem nicht warum gut glas da unten noch glas von da sind Opfer kommers und Steine nix alles gut achso alles gut soll ich mich strafen legen noch wenn noch 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 so er war in counten und ex-morten fraglich nur welches holz was hell ist nämlich was dunkles irgendwas für ein holz ich nehme oder ob ich holz überhaupt nehme das lohnt schon wieder wir könnten eigentlich muss in der zeit auf bau selber gehen region fixer aus ihren ja auch ja kein backup machen das ist ja egal habe ich ja schon vorgemacht warum dauert die seite jetzt so lange zu sagen keine ahnung also auf dem bau selber ist wieder kein game hat eingestellt ist aber nicht so nicht schlimm macht doch nichts weil ich habe nämlich was vor ich würde ja dann das nehmen ist klar auch alles dann nehmen wir mal schon mal solche dinge reichen aber pulsen der winkt da sind sie und paar öfen reichen der monitor und lois melter reicht auf jeden fall nach schütt und ich kippe tut work Und da ist eine 5 Millionen hier. 2 Sterling. So, jetzt brauchen wir noch 100 Pipes. Brauchen wir die gar nicht mal. Weiß er nicht. Blöpp, jetzt kommt man eben hier. Doch, laufen tut's wieder. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich bin halt eben auch nur ein bisschen weiter gelaufen. Und da mal hat er das Problem wieder. Ja, ist ja alles gut. Kann mich ja so lange hier mal ein bisschen beschäftigen. Okay. Oh, jetzt greifen sie an. So. Ich bin gerade schon mal vorne, ey. The fuck, wie viel sind denn das für mich schon? Hier können wir Disablen. Extract. Insert. Ja. Die Waffe ist echt gut. Ja, wir. Ja. Ja. Die brauchen wir nix connecten eigentlich. Das ist eigentlich Moizit, okay. Tomcraft. Ja. Die gehören uns doch Tomcraft, die Viecher, ne? Mhm. Kann das? Ja. Insert. Malweise da rein. Da wendeln. Auf mich unfacken zu wollen. Unfacken. Da ist halt nur noch einer von dem Typen. Von dem Margen vor allem auch. So. Und das wäre, wenn wir fast von der Baum Farm kommen. Da brauchen wir nur Chests. Oh, ich habe alle gekillt. Da nehmen wir zum Beispiel so ein paar Stacks. Und. Daffen. Da müssen wir eigentlich nur einmal. No. No.